In einer beeindruckenden Rettungsaktion im Tessin wurden sieben Personen und ein Hund von einem blockierten Sessellift durch ein Team der Reger befreit. Die Rettungsflugwacht Reger hat am Mittwoch im Tessin sieben in einem Sessellift feststeckende Menschen und einen Hund befreit. Ein Helikopter brachte sie von der Sesselbahn von Kadada nach Zimetta wenige Kilometer nördlich von Locano sicher zur Talstation. Die sieben Menschen und der Hund wurden am Vormittag von Spezialisten am Seil auf ein Evakuierungsdreieck gehievt und dann ins Tal geflogen, wie die Regerbasis Locano mitteilte. Derartige Einsätze seien eher selten. Der Sessellift von Kadada nach Zimetta wurde im Jahr 1954 erstmals in Betrieb genommen. Er ist laut Angaben der Betreiber der letzte noch funktionierende Sessellift der Schweiz, der mit seitlich ausgerichteten Sitzplätzen konstruiert wurde. Er soll so eine bessere Aussicht bei der Berg- und bei der Talfahrt ermöglichen.